Als meine Frau herausfand, dass ich einen Drink bestellt hatte, wurde sie sehr, sehr wütend auf mich, weil ich nicht trinken sollte. Es passt nicht zu mir und ich war eine lange Zeit nüchtern. Nach seinem Ausraster in einem Flugzeug hat sich Schauspieler Jonathan Rüßmeyers, 40, die Tudors, zu dem Vorfall jetzt bei Larry King now, geäußert, wie US-Medien berichten. Nach einer kräftezeranten Reise gemeinsam mit seiner Frau Maralane und dem einjährigen Sohn habe er im Flieger zu einem Drink gegriffen, erklärte er. Er soll sich dann unter anderem derart heftig mit seiner Frau gestritten haben, dass die anderen Fluggäste sich davon gestört fühlten. Am Flughafen von Los Angeles wurde er festgenommen. Rüßmeyers beteuert nun aber, er habe seine Lektion gelernt und werde sich erneut Hilfe suchen.